Herzlich Willkommen liebe Zuschauer am 30.10.2022 an diesem Sonntagabend oder wann immer ihr das Video auch schaut. Normalerweise wollte ich ja heute schon früher ein Video machen, dann hatte ich überlegt, ja komm, wenn du es nicht mehr hinkriegst, mach den Stream. Da war ich mir aber auch nicht so sicher, es sind am Sonntagabend genug Leute da, dass ich da nochmal einen Stream anschmeißen kann. Das habe ich jetzt so länger schon nicht mehr gemacht und dementsprechend habe ich mir gedacht, ach weißt du was, falls ihr da wieder Lust drauf habt, dass ich öfters auch einen Stream mache, einen Livestream, dann schreibt es mir einfach unter die Kommentare und dann werde ich mal gucken, dass ich diese Geschichte ja ein bisschen mehr wieder einmal fixiere. Ja, worum geht es heute? Eine Frage, die mich in letzter Zeit aufgrund meiner Themengestaltung immer und immer und immer wieder erreicht. Hallo Matze, will mir ein sehr interessanter Beitrag, aber wieso steigt denn der Goldpreis immer noch nicht? Ja, zum Beispiel, oder aber auch hier, kann der Goldpreis sich verdoppeln? Was ist mit dem Silberpreis? Und so weiter und so fort. Also diese Frage wird im Moment sehr häufig gestellt, was ist da am Goldpreis oder am Goldmarkt los oder mit dem Silberpreis, was ist da genau los? Warum steigen diese nicht, wenn wir im Background so ein unglaublich großes Interesse an einerseits Staaten und andererseits an Privatinvestoren sehen, die zur Zeit Gold kaufen, als gäbe es kein Morgen mehr und natürlich damit auch einhergehend Silber. Ich habe dann lange die Nacht überlegt, wie ich dieses Thema ausgestalte. Ihr kennt das dann, wenn man sich sozusagen hinlegt und dann versucht man zu schlafen und dann hat man so vor dem inneren Auge gewissermaßen gedanklich schon Pläne, wie man sozusagen den nächsten Tag ausgestaltet oder wie man Aufgaben ausgestaltet. So ging es dann mir und ich habe dann überlegt, ja wie mache ich das jetzt? Wie erkläre ich das jetzt allumfassend? Einerseits banal, sodass es hoffentlich viele Menschen verstehen, warum der Goldpreis noch nicht steigt, aber definitiv noch und das betrifft im Übrigen auch Silber noch steigen wird, ja. Und ich möchte das ganze Thema vielleicht einmal mit einem Zitat von Dr. Markus Krall beginnen. Das Zitat ist noch gar nicht lange her. Er hat das, ich meine mich zu erinnern, beim Alpha-Trio gesagt, wo es um ähnliche Themen ging, in dem er nämlich folgendes gesagt hat, der Gaspreisdeckel verhält sich so wie ein Klodeckel, ja. Man braucht ihn immer dann, wenn die Scheiße darunter immer höher wird oder größer wird. Zitat Ende Dr. Markus Krall. Und im Prinzip beschreibt das schon ganz genau, ja, warum der Goldpreis einerseits noch nicht steigt, aber noch steigen wird und wie das ganze Thema Inflation, Gaspreisdeckel etc. und so weiter weiter vonstatten gehen wird und warum aus dieser Sicht heraus der Goldpreis und der Silberpreis gewissermaßen zum Steigen verdammt ist, ja. Also das betrifft übrigens dann auch teilweise die Aktienmärkte, aber ich komme da noch drauf. Wo fange ich da am besten an? Ich fange vielleicht mal von Anfang an zu erzählen, was sehen wir denn derzeit, ja. Wir sehen derzeit eine doofische Zinsanhebung von der EZB, von der Europäischen Zentralbank, ja. Aufgrund der Tatsache, weil wir eine gewisse, gewissermaßen ein Euro-Gemeinschaftsbund sind, ja. Und der Fehler im System liegt darin, dass wir unterschiedliche Wirtschaftsleistungen haben, von Land zu Land zu Land, ja. Deswegen spricht man ja immer von den südlichen Staaten und den restlichen Staaten, ja. Man sieht ja Deutschland wirtschaftlich stark, zumindest bis zu einer gewissen Zeit, mittlerweile auch nicht mehr. Aber das war jahrelang ein Thema oder ein Dogma, nenne es wie du willst, mit dem man eben gespielt hat, ja. Deutschland als Wirtschaftsnation einerseits, Italien als absteigende Arzt auf der anderen Seite, gefolgt von Griechenland etc. und so weiter. Und aus dieser Sicht ist es klar, dass die EZB einen sehr, sehr kleinen Spielraum hat, ja. Dass man so als Beispiel, deswegen spricht man in der Öffentlichkeit von sogenannten doofischen Zinsanhebungsschritten, ja. Das heißt, umschrieben nichts anderes wie taubenhafte Zinsschritte. Man macht euch, man versucht euch glauben zu lassen, die EZB nimmt tatsächlich jetzt ernsthaft den Kampf gegen diese steigende Inflation auf, ja. Würde sie das tun, dann würden wir auch sehen, dass die Bilanzsummen der EZB dementsprechend heruntergefahren werden, was man ja sozusagen mittlerweile bestätigterweise auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben hat, ja. Das heißt also, im Umkehrschluss, die EZB hat gar nicht vor, im Moment zumindest einerseits die Bilanzsumme zu reduzieren und andererseits auch gar nicht die Möglichkeit, die Zinsen so anzuheben, um damit wirklich adäquat die Inflation bekämpfen zu können, ja. Da müsste sie mindestens über 10% Zinsschritte geben und das werden wir definitiv nicht sehen. Was der Markt bisher eingepreist hat, sind ungefähr 3% bis zum Jahr 2023 von der EZB. Und das könnte ich mir vorstellen, wird auch so kommen, ja. Also, das muss nicht so kommen, aber es könnte so kommen. Es könnte auch sein, dass es vielleicht 4% sind, ja, oder 3,5 oder meinetwegen noch 4,5, aber dann ist der Hase gegessen, das war's dann, ja. Ich komm dann gleich darauf, was das Ganze mit dem Zitat von Dr. Markus Krall dazu hat. Na, da kommen wir noch drauf. Das Video wird ein bisschen länger. Dementsprechend nehmt euch ein schönes Heißgetränk, einen Tee oder ein schönes Käffchen zur Hand. Es wird richtig wunderbar. An diesem Abend könnt ihr meinetwegen auch ein schönes Bierchen zur Hand nehmen, ja. Ein schönes helles oder ein schönes dunkles Weißbier, wie auch immer. Lasst es euch gut gehen während diesem Video. So, wobei stehen geblieben, Thema EZB. Wir haben festgestellt, doofische Zinsanhebungsschritte. Die EZB kann nicht so, wie sie will. So, wie es zum Beispiel die FED kann. Die aber auch nur bedingt kann, ja. Das ist wieder eine andere Geschichte, was bisher immer noch nicht viele Menschen verstanden haben. Wir sprechen hier immer zwischen dem, also wir reden hier immer von dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Was aber keiner versteht, ist, wir reden hier auch über einen Krieg zwischen der Wirtschaftsnation Europa und der Wirtschaftsnation USA. Warum und wieso, da komme ich noch drauf, ja. Aber das ist so eine Tatsache, die in der Öffentlichkeit oder zumindest in den Medien überhaupt und null und gar nicht ausgestaltet wird. Ob das bewusst so ist oder nicht so bewusst so gehandhabt wird, muss wieder letzten Endes jeder für sich entscheiden. Das stelle ich mal in den Raum. Das könnt ihr interpretieren, wie ihr wollt. Letzten Endes ist es so, wie es ist. Das Thema USA als Wirtschaftsnation, als kriegführende Wirtschaftsnation gegen die Wirtschaftsnation Europa wird überhaupt nicht betrachtet. Aber wie gesagt, ich komme da noch drauf. So, also wir haben jetzt festgestellt, die EZB, die kann nicht so, wie sie will, ja. So, wie es zum Beispiel die FED kann, ja. Und die EZB hebt halt so ein bisschen an, doofisch in Anführungsstrichen, damit die Unterschiede zwischen Euro und Dollar halt nicht zu krass werden. Ja, das ist so ein Argument, was man halt vorschiebt, damit halt die Parität nicht sich noch sozusagen ins Negative umkehrt. Also die gleichbleibende Situation zwischen Dollar und Euro, ja, damit der Euro nicht weiter abwertet und so weiter und so fort. Und da gibt es noch ein paar Argumente, die man damit einführen könnte. Meiner Meinung nach würden die aber das jetzt den Rahmen komplett sprengen. So, aber jetzt gehen wir auf das Thema Inflation über. Wir haben jetzt festgestellt, womöglicherweise kann die EZB die Inflation nicht so bekämpfen, wie es vielleicht so in der Öffentlichkeit von den Medien vertreten wird, ja. Also das ist so eine Sache, das ist mit Vorsicht zu genießen, zu glauben, die EZB wird die Inflation tatsächlicherweise binnen den nächsten zwei, drei Jahre bis 2025 wirklich eindämmen können, ja. Also das ist schon eine sehr steile und sehr gewagte These. So, aber was macht denn Inflation jetzt noch schärfer? Und dann kommen wir so langsam mal auf das Zitat von Dr. Markus Krall. Wie gesagt, ich finde es genial, ja, weil es sagt halt so viel aus. Gaspreisdeckel, Klodeckel, Scheiße darunter, ja, was hat das damit zu tun? Es ist einfach so, die Regierung geht zum Beispiel her und trifft sich mit den Gewerkschaften und sagt zu den Gewerkschaften, bitte macht keine Lohnsteigungen, weil dann laufen wir aufgrund der aktuellen Inflation in die Gefahr einer Lohnpreisspirale, ja. Das ist ja ein Argument, was in der Öffentlichkeit zum Beispiel auch sehr gerne vertreten wird, die sogenannte Lohnpreisspirale. Die Löhne dürfen nicht steigen, weil wenn die Löhne steigen, die Inflation steigt, die Löhne steigen, die Inflation steigt, ne, Wechselspiel, ihr wisst es. Was passiert, Inflation wird noch mehr befeuert, die Menschen brauchen noch mehr Geld, sie schmeißen für den Konsum noch mehr Geld raus, etc. Etwa, diesen Effekt kann man sich ökonomisch ganz leicht ausrechnen, was dann passieren sollte oder würden. Aber jetzt pass auf, was macht denn die Regierung? Ganz genau, sie nimmt es selbst in die Hand, um die Inflation anzuheizen. Wie macht sie das? Indem sie mit der Gießkanne durchs Land läuft und jeden einzelnen Menschen, von den 84 Millionen in Deutschland lebenden Menschen, einschließlich Bundestagsabgeordnete, einschließlich Millionäre, egal wer in diesem Land lebt, ja. Egal welche finanzielle Situation diese Menschen haben, man geht mit der Gießkanne durchs Land und verteilt eben auch 300 Euro. Ja, das hat auch Nachhaltigkeit, insofern, dass man sozusagen damit auch die Inflation befeuert. Man nimmt halt nur das ab, was die Gewerkschaften sonst übernehmen würden in Form einer Lohnsteigerung, ja. Also man kann festhalten, das bringt also gar nichts, dass Gewerkschaften dazu verdammt werden, die nächsten zwei Jahre die Löhne nicht steigen zu lassen oder keine Lohnrunden auszuhandeln, um dann das Ganze, ne, zu regulieren. So, und das dann mehr oder minder selbst zu übernehmen. Das ist also meiner Meinung nach der ökonomische größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Aber damit nicht genug, die Regierung macht ja weiter, ja, sie macht ja weiter. Ich meine, es herrscht ja in der Öffentlichkeit leider Gottes das falsche Phänomen, oder das Phänomen, so rumfalsches Phänomen, meine Güte, das Phänomen zu glauben, die Regierungen, insbesondere die deutsche Regierung, ist hier der Sankt Nikolaus, der durch die Straßen läuft, seinen Beutel aufmacht und schön Geschenke verteilt, ja. Diese Meinung herrscht in der Öffentlichkeit und es ist halt absoluter Schwachsinn, weil genau das passiert nicht. Woher nimmt die Regierung das Geld? Durch die Mehreinnahmen der Inflation. Inflation bedeutet, dass du nominal mehr Geld auf den Tisch legen musst für die gleiche Waren- oder Dienstleistung. So, wenn du aber nominal, ja, also wir reden hier nicht von Kaufkraft, sondern von dem Nominalwert, von dem sogenannten aufgedruckten Wert auf den Geldschein, ja. Wenn du also nominal mehr hinlegst, zahlst du auf den nominalen aktuellen Wert immer mehr Steuern darauf, weil du nominal mehr hinlegen musst, ja, siehe Mehrwertsteuer, IC3 und so weiter. Das heißt, du gehst zum Bäcker, wir wissen, die Inflationsrate bei Warendienstleistungen, speziell bei Nahrungsmitteln, ist um 20 Prozent im aktuellen Fall schon gestiegen. Das heißt, du legst nicht 10 Euro hin, sondern meinetwegen 15 Euro. Jetzt zahlst du nicht auf die 10 Euro Mehrwertsteuer, sondern halt eben auf die 15 Euro Mehrwertsteuer. Dadurch kommen wesentlich mehr Einnahmen an Steuern in die Regierung als wieder vor, ja. Dieses Geld wird wieder verteilt, ja, siehe Rettungspakete, 200 Milliarden Doppelwumms, 60 Milliarden Doppelwumms und so weiter und so fort. Nur kommt dieses Geld niemals bei den normalen Menschen an. Das wird halt wieder in der Gegend rumverteilt, wie man so schön sagt. Das sind auch wieder Gründer, die die Inflation anheizen werden. Was hat das Ganze jetzt mit dem sogenannten Gaspreisdeckel oder mit dem sogenannten Klodeckel zu tun? Ja, das ist ein Vergleich, ich finde ihn ja genial. Ganz einfach, ich werde eine Inflation nicht damit bekämpfen, mehr Geld auf den Markt zu geben, um eine Nachfrage zu decken, dessen Angebot nicht gleichbleibend gegenübersteht, ja. Das ist genau der Punkt. Das Angebot Energie ist einfach nicht vorhanden. Das ist mir sogar noch schlimmer. Wir reden sogar derzeit darüber, die Atomkraftwerke, ne, ihr wisst es ja, ich meine, vier Atomkraftwerke sind es im aktuellen Fall noch, die ja bis nächstes Jahr, circa Sommer, laufen sollen, auch noch abzuschalten, ja. Und es ist überhaupt völlig egal, ob man diese Atomkraftwerke für sogenannte gesamtheitliche Energieprodukte, ja, wie soll man sagen, für eine Versorgungssicherheit hernimmt oder nicht. Der Punkt ist, man verstromt im Moment so viel Gas wie noch nie, ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 80 Prozent der Gasimporte werden verstromt derzeit oder zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, ja. Und dann reden wir darüber, dass wir immer noch mehr Geld brauchen für Gaspreisdeckel, um ein Angebot zu befriedigen, weil die Kosten steigen, für ein, ähm, ne, die Nachfrage befriedigen, für einen, um die Kosten zu deckeln, ja, mehr oder weniger, für ein Angebot, was überhaupt nicht vorhanden ist, ja. Verstehst du, siehst du diesen Kreislauf, diesen unglaublich bescheuert ökonomisch wahnsinnigen Kreislauf, den die Regierung da momentan betreibt, ja. Also was haben wir jetzt da für ein Phänomen? Die Inflation wird weiter steigen. Sie wird weiter steigen und weiter steigen und weiter steigen. Und zwar mindestens ab diesem Zeitpunkt, wo der Markt erkennt, dass die EZB die Inflation nicht so eindämmen kann, wie sie es eigentlich sollte, ja. Es wäre, wir werden hier keine 10 Prozent Zinsen oder 15 Prozent Leitzinsen sehen. Weil was heißt denn das im Umkehrschluss? Auch das hat Nachhaltigkeit. Das heißt im Umkehrschluss, und das sehen wir im aktuellen Fall schon, zum Beispiel aktuell bei 2 Prozent, und jetzt stelle dir mal vor, das steigt auf 3 oder 4 Prozent, dann hast du mindestens ein Dispositionsrahmen, ein Kreditrahmen von mindestens 12 oder 14 oder 15 Prozent. Jetzt rechne dir mal aus, was das bedeutet, wenn du einen Leitzins von 10 oder 15 Prozent hättest, um damit adäquat wirklich die aktuellen Inflationszahlen eindämmen zu können. Dann hättest du zum Beispiel einen Dispositionszins von mindestens 30 Prozent. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir werden das nicht sehen. Weil einfach dadurch, durch die steigenden Zinsen der EZB, die Konsumentenkredite immer mehr und mehr und mehr einbrechen. Das heißt im Umkehrschluss, der Konsum als solches geht zurück. Was wiederum bedeutet, dass der Konsum die Nachfrage mehr oder minder nicht mehr nachfragen kann. Dann, dadurch ist ja das Gespräch, was viele Wirtschaftsökonomen immer und immer wieder an den Tag bringen. Dadurch rutschen wir immer mehr und mehr in eine Rezession. Und jetzt pass auf, jetzt kommt dieser schöne Kreislauf-Effekt, den wir ja gerade in der deutschen Regierung sehr gut feststellen. Um das wieder auszugleichen, um den Menschen zu helfen, weil Rezession, weil Wirtschaftsleistung geht zurück, was macht man? Na, man nimmt wieder mehr Geld und schüttet es über die Menschen. Weil es wird ja alles teurer, weil die Wirtschaftsleistung geht ja zurück, weil dieses Angebot ist nicht mehr vorhanden. Ja, weil wenn die Nachfrage nicht da ist, wird auch das Angebot zurückgeschraubt, weil es dafür nicht mehr notwendig ist. Also wird das Angebot dadurch, durch eine Rezession auch noch künstlich verknappt. Ja, das heißt, dieses Angebot wird immer weniger und weniger weniger. Dem gegenüber steht immer weniger und weniger Nachfrage. Man braucht noch mehr Geld, um die Leute zu einer Nachfrage zu animieren für ein Angebot, was nicht mehr vorhanden ist. Kreislauf. Da sind wir wieder beim Punkt. Und das beschreibt Dr. Markus Krall eben mit seinem Zitat, ich zitiere es nochmal und ich finde es unglaublich toll. Ein Gaspreisdeckel braucht man immer dann, also ein Gaspreisdeckel ist das gleiche wie ein Klodeckel, man braucht ihn immer dann, wenn die Scheiße darunter immer höher wird. Und genau das ist es nämlich, ja. Was hat das Ganze jetzt mit dem Gold- und dem Silberpreis zu tun? Ich komme da noch darauf, was ich vorher meinte mit Wirtschaftskrieg zwischen USA und Europa. Das hat insofern damit zu tun, dass der Markt irgendwann ab dieser Situation erkennt, dass einerseits die Inflation doch nicht so einfach mir nichts, dir nichts bekämpft werden kann, wie es in den Leitmedien immer gern vertreten wird. So nach dem Motto, ach, wir heben es noch zwei, drei Prozent Zinsen an und dann werden wir 46 Prozent Energieinflation damit beseitigen. Hallo, 46, nee, ich meine sogar 48 Prozent Energieinflation, ja, im aktuellen Fall. Und jetzt rechne dir doch anhand eines logischen Beispiels aus, wie leicht man mit zwei Prozent Leitzinsen eine Inflation aufhalten kann, die bereits im Energiesektor bei 48 Prozent liegt, in dem Nahrungsmittelbereich bereits schon bei 20 Prozent liegt, im Mietbereich schon bei über 1,8 Prozent liegt. Rechnet man das zusammen, die Differenz daraus, man kennt es, man sind ja ungefähr bei 10,09 Prozent aktuellen Inflationsraten in Deutschland. So, Tendenz steigend, ja. Wir wissen alle, dass das alles ein Blödsinn ist und dass es ein absoluter Bullshit ist, dass die Regierungen, speziell die EZB, dazu die Macht hat, und das ist auch noch so ein schöner Punkt, den viele Menschen, ja, mehr oder minder vergessen, in jedem Land, deren Wirtschaftsleistung entsprechend den Euro so anpassen kann, dass es jedem Land, also europäischen Land, auch noch gerecht wird. Das ist ja das nächste Desaster, dass jedes Wirtschaftsland in Europa den Euro benutzt, aber eine absolut unterschiedliche Wirtschaftsleistung hat. Siehe Italien, da sind wir wieder bei den Beispielen Südstaaten, Italien, Griechenland, Schweden, Frankreich, Deutschland, insbesondere die drei, diese vier Länder in Konkurrenz stehend. Die einen Länder stark, die anderen Länder schwach. So, wie willst du da dementsprechend einen Euro so ausrichten, dass es für jedes Land gerecht wird? Funktioniert nicht. Das wissen wir, ja. Das ist ja auch der Grund, warum die EZB gewissermaßen Staatsanleihen ankaufen muss. Ja, also das ist diese Zwickmülle, von der wir hier andauern sprechen. So, was hat das Ganze jetzt mit dem Thema Gold zu tun? Ich sage es ja noch einmal. Wenn der Markt erkennt, dass das nicht mehr gegeben ist, ja, dass wir da einen anderen Ausweg brauchen, sei es zum Beispiel mit Digitalwährungen, aber auch dem stehe ich sehr, sehr kritisch gegenüber. Warum und wieso soll in diesem Video jetzt erstmal keine Rolle spielen, das können wir in einem anderen Video behandeln. Punkt ist, das Exit-Schild, ja, ist irgendwo ganz weit hinten im letzten Eck eines letzten Waldes, am letzten Baum angenagelt und die Regierung sieht es nicht, ja. Und nicht nur die deutsche Regierung, sondern viele andere europäische Staaten sehen das momentan auch nicht. Und die EZB schon gleich gar nicht. Sollte der Markt das erkennen, ja, was glaubst du denn, was da mit dem Gold- und Silberpreis passiert? Es wird immer gesagt, oh, der Goldpreis, warum steigt der da nicht? Es sind andere erste Klassen, die gestiegen sind, wie zum Beispiel Aktien. Ja, stimmt. Die Aktien sind aber aufgrund der Tatsache gestiegen, weil die EZB und die Federal Reserve bereits schon signalisiert haben, dass die Zinsschritte so langsam aber sicher wieder eingestampft werden oder zumindest verringert werden. Das ist der Grund für die kurzzeitige Aktien-Rallye am DAX und am Dow Jones. Der DAX richtet sich sowieso meistens nur nach dem Dow Jones. Das ist der Grund. Das hat aber erst einmal überhaupt und rein gar nichts mit irgendwelchen Nachhaltigkeiten zu tun. Und das muss man verstehen. Wenn Leute dann unter meinen Kommentaren schreiben, oh, Aktien haben performt, Gold nicht. Immobilien haben performt, Gold nicht. Da muss man sich auch fragen, haben diese aktuellen Rallyes oder die vergangenen Rallyes bis dahin auch Nachhaltigkeit gehabt? Und diese Nachhaltigkeit verschwindet immer mehr und mehr und mehr und mehr aus dem Markt. Gerade wenn es um Aktien geht, sind wir dann auch lange nicht mehr über den Berg. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch nochmal einen Rücksetzer von mindestens 20 bis 25 Prozent miterleben werden. Wenn dann der Markt zu langsam aber sicher erkennt, oha, das Thema Inflation ist doch eine Sache, die uns wahrscheinlicherweise über die nächsten Jahre beschäftigen wird. Ja, und dann werden wir nochmal sehen, wie zum Beispiel ab 2023 Gold anfängt zu performen. Und da ist die Ausgangslage von Gold sicherlich bei 2000 US-Dollar und dann darüber hinaus steigend. Gilt dem übrigens auch für Silber, weil wie eng der Silbermarkt ist, das brauche ich mittlerweile keinem mehr zu erzählen. Ich denke, das sollte mittlerweile jedem klar sein, dass der Silbermarkt nicht das ist, was viele immer meinen, von wegen man handelt hier Millionen von Tonnen Unzen innerhalb von einer Sekunde von der einen Seite des Planeten auf die andere Seite des Planeten. Was ja wiederum beschreibt, dass man eben Papierwerte dafür benötigt, ja. Weil sonst könnte man einen Hochfrequenzhandel in der Hinsicht gar nicht stattfinden lassen. Das mal nur so als Beispiel. Aber eben, das passiert in einer so einer Krisenzeit, wenn Inflationszahlen davonrennen, wenn Zinsen anfangen zu stagnieren, wenn erkannt wird, dass Inflation doch nicht so bekämpft werden kann, wie man das möchte, dann werden sich auch Papierwerte sehr schnell am Markt verabschieden. Das geht dann meistens sehr schnell. Das kannst du bei US-Debt-Glock.org sehr gut herausrecherchieren, wie schnell eigentlich Paper-to-Silber-Ratios oder Paper-to-Gold-Ratios sich ändern in die eine oder andere Richtung. Dann hast du plötzlich nicht 390 Papierwerte auf eines unter Silber, sondern beispielsweise mal ganz schnell 410. Und dann wird das wieder reduziert von 410 auf 350. Ja, und das sind alles Papierwerte, die ihr irgendwann mal gekauft habt, die sich ganz schnell dann durch solche Situationen in Luft auflösen werden. Das ist mal so als Beispiel, um da nochmal klar zu machen, ein Papiermarkt ist nicht das gleiche wie ein physischer Markt. Edelmetalle sind nicht gleich Edelmetalle, Gold ist nicht gleich Gold und Silber ist nicht gleich Silber, gerade wenn es um den Unterschied zwischen Papiermarkt und physischem Markt geht. Und das müssen die Leute langsam mal anfangen zu begreifen. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Schweiz aktuell zwei Drittel der weltweiten Goldförderung raffiniert und momentan exportiert. Ich habe es ja im letzten Video schon erwähnt, schaut es euch gerne an. Was momentan im Background stattfindet, wenn es um den Gold-Export aus der Schweiz geht. Da sollte man sich schon nochmal verdeutlichen. So, dieses Thema. Könnte man fast sagen, wir sitzen hier in einer unglaublich heftigen Zwickmühle. Gold ist dazu verdammt zu steigen. Wenn nicht heute, wenn nicht morgen, dann mindestens übermorgen und darüber hinaus. So, aber was hat das jetzt mit den USA zu tun? Das ist nämlich die nächste Zwickmühle, die meiner Meinung nach wenig Menschen bis gar keine Menschen verstehen. Oder, ich will ja nicht zu selbstherrlich klingen, sagen wir mal einfach in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wird. Wir haben hier eine extrem prekäre Situation zwischen den US-Dollar und den Euro. Und die zwei Währungen stehen natürlich untereinander im Krieg, wenn man so will, wenn man das so sagen darf. Ja, oder in Konkurrenz. Vielleicht ist das ein besseres Wort, weil Krieg klingt wieder so mächtig. Ihr wisst ja, ich halte nicht sehr viel von so unglaublich mächtigen Wörtern. Sagen wir mal einfach in extrem krasser Konkurrenz zueinander. Und was passiert denn, wenn theoretischerweise der US-Dollar nicht mehr die Leitwährung wäre? Wir sehen ja, dass Russland raus will aus den US-Dollar. Russland arbeitet an einem eigenen, ja in Anführungsstrichen, LBMA-Goldstandard. Selbst in Amerika, ich habe übrigens auch darüber berichtet, schaut gerne auf meinen Kanal, denkt man schon über Goldstandards nach. Ja, deswegen hat der Senat auch einen Gesetzesentwurf in den USA eingebracht, um einen Goldstandard voranzutreiben. Ob das dann umgesetzt wird oder nicht, das steht wieder auf dem anderen Blatt, ja. Aber zumindest wird darüber mittlerweile schon sehr offensiv, ohne hinter verschlossener Tür und Riegel gesprochen. Und das sollte man auch nochmal ganz deutlich zur Kenntnis nehmen. Also, was passiert, wenn der US-Dollar als solches nicht mehr die Leitwährung übernehmen könnte? Was haben wir denn für Währungen, die das dann alternativ übernehmen könnten? Ganz genau, da hast du den Euro. Das ist die einzige zweite Währung, die in der Lage wäre, eine Leitwährung zu übernehmen. Der Renminbi kann es nicht werden. Warum nicht? Weil China als solches ein autokratischer planwirtschaftlicher Staat ist, der nicht in der Lage ist, sich in der Hinsicht, was Leitwährungen betrifft, sich weiter zu entwickeln. Also würde der Renminbi, also der Yuan, die chinesische Währung, diese Leitwährung mit Sicherheit nicht übernehmen können, ja. Weil da einfach der Markt sich nicht so entwickeln kann, ja. Was heißt wie der Markt? Der Markt muss sich so entwickeln wie eine Evolution. Das Schlechte wird aussortiert, das Bessere bleibt bestehen. Aber auch das machen wir in Deutschland mit Regulierungen nach und nach kaputt, ja. Wir regulieren, wir regulieren, wir regulieren, wir regulieren. Das muss so sein, das muss so sein, dieser Baustein muss da hin, dieser Legostein muss da hin und so weiter und so fort. Was passiert durch die Regulierungen? Man greift wieder in den Markt ein. Dadurch entstehen Zombifizierungen von verschiedenen Firmen, die eigentlich gar nicht existieren dürften, weil sie auf dem normalen, harten Markt, einem evolutionären Markt, nicht in der Lage wären zu überleben, ja. Weil das Angebot dementsprechend nicht vorhanden wäre, weil die Nachfrage zu diesen Angeboten, die vielleicht schlechter sind, überhaupt nicht vorhanden wäre. Ja, mal bestes Beispiel, du kaufst dir eine, weiß ich nicht, eine Panasonic-Kamera, ja, und dann kaufst du dir eine Sony-Kamera. Jetzt stellst du fest, dass die Sony-Kamera aber doppelt so viel kann für die gleiche Preis-Leistung. Ja, dann wirst du mit Sicherheit keine Panasonic-Kamera kaufen, wenn du weißt, die Sony-Kamera ist besser. Das heißt, dieses Produkt verschwindet vom Markt. Das verschwindet aber im aktuellen Fall nicht vom Markt, weil wir anfangen, diese Dinge zu zombifizieren, indem wir immer meinen, den Markt regulieren zu müssen. Und das ist der Fehler im System, wo wir wieder bei dem schönen Kreislauf sind. Ja, ihr seht schon, es führt immer alles auf diesen schönen Klodeckeln zurück. Ach, ich liebe diesen Satz. Ich könnte den nochmal hundertmal erzählen. Meine Props gehen raus an Dr. Markus Krall. Das war der beste Vergleich des Jahrhunderts, wie ich finde. Wie gesagt, dieses Zitat ist noch nicht sehr alt. So, aber was sehen wir jetzt? Amerika, USA, Europa, EU. Ja, genau. Das ist der Krieg zwischen den Währungen. Ja, weil an dem Zeitpunkt, wo der US-Dollar die Leitwährung nicht mehr übernehmen könnte und wir sehen ja, dass nicht nur Russland aus den US-Dollar raus will, sondern auch viele andere Staaten. Ja, das ist ja nicht nur auf Russland beschränkt, sondern das betrifft ja Indien und so weiter und so fort. Ja, von China brauchen wir gar nicht reden erst. Ja. Also diese Kredite, die in Dollar gehalten werden. So, das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt auch die Armees in den USA und viele andere Dinge durch die fehlenden Leitfunktionen des US-Dollars gar nicht mehr zu finanzieren werden. Ja. So, und wer ist denn im Endeffekt im aktuellen Fall, ob bewusst oder unbewusst, ob glücklich oder geplant oder nur durch Zufall, der größte Nutznießer aus dieser ganzen Situation Inflation in Europa? Ganz genau, Europa, äh, USA. Weil die exportieren die Energie nach Deutschland und nicht nur nach Deutschland, sondern auch über Terminals nach, also gewissermaßen nach Europa. Wer schreit denn als erstes alle, äh, äh, ja, zu den Firmen? Ach, kommt zu uns, ihr kriegt, ähm, Steuergeschenke, wenn ihr eure Standorte in den USA ausbaut, weil ihr euch die Standorte in Europa nicht mehr leisten können, weil die Energiekosten zu hoch sind. Ja, siehe BASF, siehe Mercedes, siehe BMW, siehe Daimler Truck Holding GmbH, siehe, ähm, DAX generell, ja, schaust dir doch an, was mit dieser Standortverlagerung dann passiert. Wir sind dabei, Europa zu deindustrialisieren, ja, und das mit Regulierungen, die wir immer noch mehr und mehr, einerseits mit Regulierungen und andererseits mit immer noch mehr Geld, Rezession, oh, Geld, ja. Ja, ähm, die Leute können sich nichts mehr leisten, oh, Geld, ja, ähm, und das geht immer so weiter, oh, der Bäcker, ähm, ja, ihr kennt ja diese Floskeln aus den Regierungen, so von wegen, es wird keiner allein gelassen, wir werden keine Firma hängen gelassen. Ja, sie, Uniper, ja, größtes Beispiel, oh, Geld, ja, was glaubst du denn, was mit dem Geld passiert, in dieser Kreislaufwirtschaft? Also, ja, ich hoffe, das ist ein Erklärungsansatz, was passiert, ähm, sollte der Markt erkennen, dass das Thema Inflation, und ich bin mir nicht so sicher, ob das Thema wirklich zu 100% schon eingepreist ist, äh, was passiert, wenn bekannt, oder wie soll ich das sagen, bekannt ist vielleicht der falsche Begriff, ich meine, es schwebt ja wie so ein Damoklesschwert, ja, über die ganze Welt könnte man schon fast so behaupten, ja, aber was passiert, wenn klar wird, dass die Inflationszahlen weltweit nicht so einzudämmen sind, wie man sich das erhofft hat, ja, das ist die große Frage, und dann werden wir nochmal sehen, wie Gold und Silber wirklich steigt, weil Gold und Silber steigt aufgrund der steigenden Zinsen nicht im Moment, das ist der Punkt, das ist auch etwas, was viele nicht verstehen, ich hab's ja vorher mit dem Vergleich mit den Aktienwerten gebracht, warum eine Aktienrallye zumindest für den Moment nicht unbedingt nachhaltig ist, das kann sich dann aber noch manifestiert, das wird man sehen, wie sich der Aktienmarkt, beziehungsweise die Börse verhält, wie es in der Zukunft weiterläuft, ja, aber was Gold und Silber betrifft, hängt das einfach auch sehr stark mit den aktuellen Zinsverhalten der jeweiligen Staaten zusammen, einerseits, und wie Staatsanleihen sich weiter positionieren werden, weil das korreliert halt mit dem Gold- und Silberpreis, das habe ich ja schon mal gesagt, dass diese zwei Dinge zueinander in Verbindung stehen, ist das eine stark, ist das andere schwach, ist das andere schwach, ist das andere schwach, ist das eine stark, und im Moment hat man den Eindruck, oder hat der Markt den Eindruck, ja, die FED, ja, die EZB, ja, die Notenbanken auf diesem Planeten, da denke man an die englische Bank, ja, an die englische Notenbank, oh mein Gott, da könnte ich jetzt schon wieder eine Geschichte rausholen, vielleicht hat's der eine oder andere mitgekriegt, was die englische Notenbank machen musste, ja, damit ihre Währung nicht abschmiert, ja, das sollte man, das ist noch gar nicht so lang her, ja, und das siehst du, auf was für wackeligen Füßen wir hier stehen, dieses Beispiel von 2008, ja, Lehman Brothers Pleite, das hat sich vor kurzem in England gerade fast wiederholt, das muss man einfach mal beim Namen nennen, und das haben die Menschen überhaupt nicht verstanden, dass das sich fast wiederholt hätte, dass wir schon fast dabei sind, dass das Bankensystem wieder am Kippen ist, ja, und das muss einfach mal benannt werden, diese Probleme, ja, dass das alles nicht so auf festen Füßen steht, wie die Medien das gerne suggerieren, das ist einfach schlicht und ergreifend nicht die Wahrheit. So, und wie gesagt, Gold wird ab diesem Zeitpunkt steigen, wenn klar wird, dass diese zwei, ja, Zustände für diesen Fall nicht mehr gegen Gold und Silber stehen, weil keiner mehr Interesse hat, aktuell Staatsanleihen wie ein Verrückter zu kaufen. Das mag im Moment so sein, ja, weil der US-Dollar gemäß gegenüber dem Euro eine gewisse Stärke hat, ja, deswegen flüchtet Kapital eben in die USA, aus Europa raus in die USA rein, und zwar nicht nur in US-Dollar, sondern in US-Staatsanleihen, in Gebiete, in Standort, Ausbaumaßnahmen von Firmen etc. und so weiter. Die Frage ist nur, ist das nachhaltig und wie lange funktioniert das und wie wird sich Europa eben gegen diesen Zustand positionieren? Wenn wir so weitermachen, wie es im aktuellen Fall ist, ja, dann werden wir ähnliche Zustände haben wie Gold, ähm, türkische Lira, ja, ähnliche Zustände oder noch besser, venezuelische Dollars, ich glaube, so heißen die, ja, so ähnliche Zustände werden wir dann haben. Gold in Euro gerechnet. Was dann Gold und Dollar betrifft, ist wieder eine andere Geschichte, aber da kommt es wieder darauf an, wie wird sich die USA in der nächsten Zeit positionieren, weil da sind ja auch Zwischenwahlen und auch da wissen wir, dass der Senat bereits schon, das sage ich auch wiederum in einem Video, ein Brandbrief schon verfasst hat. Der US-Senat, das ist die Kontrollbehörde von der FED, ja, schon einen Brandbrief an die FED herausgegeben hat, natürlich aus internen Kreisen, das ist nicht so ganz so öffentlich gewesen, ja, das wurde auch wieder geleakt auf Twitter etc. und so weiter. Aber auch da wissen wir, dass der, dass die Amerikaner auch keinen Bock mehr haben, dass die FED die Zinsen anhebt, da hat keiner mehr Bock drauf. Auch da hast du von FED-Mitarbeitern intern schon gehört, ah ja, das könnte jetzt so langsam aber sicher zurückgefahren werden, diese 0,75 Prozent, die werden wir nicht mehr fahren können, vielleicht 0,5 Prozent und dann werden wir das vielleicht so bis 2023 Ende März ausschleichen und ab März werden wir womöglicherweise die Zinsen wieder fallen, ja. Ja, was glaubst du, was denn mit einem Gold- und Silberpreis passiert? Oder war, dann wäre eine Aktienrallye nachhaltiger, ja, nicht wie jetzt in diesem Zeitpunkt. Das muss man sich fragen, wenn diese Dinge nicht mehr gegen Gold stehen, gegen Silber stehen, ja. Und aktuell ist es ja so, dass der Goldpreis für sich genommen ja gar nicht schlecht dasteht. Ich meine, wir reden hier immer noch von 1.650 Euro Mücken, die ich hinlegen muss für eine Unze Gold von 31,10 Gramm. Die Leute tun ja immer so von wegen, oh, was sind denn 1.650 Euro für eine Unze Gold? Ja, die musst du erstmal haben. Du musst erstmal 1.700 Euro aufbringen, damit du die 31,10 Gramm in dein eigenes Portfolio legen darfst. Und dann hast du auch das, was es ist, eben 31,10 Gramm. Und daran erkennst du halt auch noch einmal, was ein unglaublich intrinsischer Wert sich in dieses kleine Produkt einspeichern lässt, ja. Wir reden hier von 1.600 Euro und nicht von 1.600 Mücken, die irgendwie im Kreis rumfliegen, ja. Das schafft der Markt nämlich von alleine, ja, sich im Kreis drehen, ja. Weil Markt muss man regulieren. Anstatt, dass man anfängt, den Markt zu deregulieren. Dass man anfängt, Staatshaushalte zu entschlanken, zu abzubauen. Ich weiß gar nicht, wie viele Bundesämter mittlerweile in Deutschland existieren. Und du musst dich halt fragen, durch die Aufblähung dieses Staates, durch diese Regulierungen, das Eingreifen immer mehr und mehr in das Marktgeschehen, wie sich da überhaupt evolutionär betrachtet ein Markt noch entwickeln kann. Ja, richtig, nämlich gar nicht. Wir bewegen uns in einer planwirtschaftlichen Kontrolle hin, die zur Folge hat, dass wir das komplette Europa vor die Hunde gehen lassen, mehr oder weniger, ja. Und auch da ist dann wieder die Frage, was passiert dann mit Gold und Silber, wenn Kapital abgezogen wird. Ich sagte es ja vorher schon. Immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Kapital abwandert, ja. Ja, warum sollte BMW in Deutschland noch investieren bei diesen Energiepreisen? Warum sollte das Mercedes oder BASF oder Siemens, ja. Warum sollte Siemens hier investieren? Ja, gib Ihnen einen Grund. Wegen 46, 48 Inflationen, also auf Energiekosten, ja, die musst du erst mal verdienen. Und da kommen wir ganz schnell auf die sogenannten Produktionskosten, ja. Das ist ja der nächste Punkt. Also, da könnte ich ewig so weiterreden. Nee, nee, nee. Das ist nicht so, wie viele meinen, von wegen Gold und Silber hat ausgedient. Nee, nee, nee. Meiner Meinung nach steht Gold und Silber gerade jetzt erst, so langsam aber sicher, in den Startlöchern. Und das will keiner hören. Das ist der Punkt. Gold und Silber positioniert sich jetzt, steht in den Startlöchern. Und wir werden auch sehen, wohin die Reise geht, wenn Inflation weiter Fahrt aufnimmt und die Notenbanken dieser Welt das Ganze nicht eindämmen können. Dann, dann könnt ihr mich anschreiben und sagen, Gold hat versagt, wenn es da nicht passiert. Wenn dann Papierwerte sich in Luft auflösen, ja. Und dann der Goldhandel noch mehr und der Silberhandel noch mehr zunimmt, als wie jetzt ohnehin schon. Ich meine, die Münze Österreich hat es ja vor kurzem schon geschrieben. Die Münze Österreich, einer der größten Goldexporteure, beziehungsweise Goldhersteller in Wiener Philharmonika, die es so gibt, ja. Die hat ja selber schon gesagt, dass sie jeden Tag fünfmal so viel herstellen könnten und dann könnten sie trotzdem nicht alles verkaufen. Das sind die aktuellen Verkaufszahlen, liebe Freunde, an Privatinvestoren. Das muss man sich schon auch mal überlegen, was das bedeutet, wenn das noch mehr und mehr und noch mehr zunimmt. Wie schnell so ein Markt leergefegt ist im Zweifel, ja. Macht was draus. Schreibt mir gerne unter die Kommentare, was eure Thesen, Hypothesen, Meinungen, Assoziationen oder auch Diffamierungen, nee Spaß, was heißt. Bitte, bitte nicht diffamieren, bitte nicht diskreditieren oder ja, wie auch immer, ja, bleibt freundlich zueinander. Ihr wisst es, ich schätze einen menschlichen und freundlichen Ton, man muss sich hier nicht fertig machen. Ja, es wird immer Menschen geben, die anderer Meinung sind, es wird immer Menschen geben, die meinen, die grüne Wende wird es schaffen, was für mich ein absoluter Schwachsinn ist. Was habe ich davon, Atomkraftwerke abzuschalten, ja, und dann auf Energie zu setzen, die importiert wird, die durch Fracking gewonnen wird. Wo bitte, was hat das mit Umweltschutz zu tun? Das möchte mir gerne mal bitte, ja, die Fridays for Future erklären, was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ja, wenn gefracktes Gas aus den USA als Umweltschutz herhalten muss, damit wir unsere Atomkraftwerke abschalten können, das ist so an Doppelmoral überhaupt nicht mehr zu überbieten, dann kann ich einfach nur noch, das ist nicht mehr zum Lachen, das ist mittlerweile zum Heulen, ja. Das ist zum Heulen. Wenn grüne Politiker einerseits sagen, Atomkraftwerke weg, aber gut, das wird jetzt wieder alles ein bisschen zu politisch, ja, aber dann in einen gecharterten Kurzflug einsteigen, weil es ja bequemer. Also, nee, 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 also, nee, ich muss das Video jetzt an dieser Stelle ändern, weil sonst werde ich noch irgendwie boshaft und dann wird das Video noch irgendwie demonetarisiert. Nee, also, liebe Freunde, ja, also, Gold kann demnächst, wobei demnächst einen gewissen Zeitrahmen beinhaltet. Wir reden hier nicht von innerhalb von zwei Tagen. Das kann doch sich noch Monate und auch gegebenenfalls Jahre hinziehen über einen Zeitraum von mindestens bis 20, 25 und dann werden wir sehen, wo Gold steht, ja, und dann können wir die Leute immer noch schreiben, oh, von wegen Matze, du hast Unrecht gehabt. Aber erst mal abwarten, erst mal, ja, füßig still, gemütlich Tee und Kaffee trinken, von mir ist auch ein Bierchen und abwarten, das ist die Devise. Und vielleicht das ein oder andere noch nutzen und das ein oder andere Geld, Geld, Geldstückchen oder Silberstückchen ins Portfolio legen. Liebe Freunde, bis dahin war ein langes Video. Ich hoffe, es hat euch wirklich Spaß gemacht. Danke bis dahin. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und V. Euer Matze. 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 Bis zum nächsten Mal.